Und nicht einfach nur... Bin ich ein Held? Ja, das bist du. Nein! Nein, jetzt hab ich gespeichert, wie ich sterbe! Ich bin da rübergekommen. Okay, das ist das. Ah, da ist es wieder. All Switch normal. Jetzt ist wieder alles noch. Und dann stehe ich natürlich in der Rakete... Oh, saven! Oh, geil! Vor der Bombe und Stehen. Saven. Oh, geil! Speichern. Da wird sich Steffen aber freuen. Wied er sich nicht. Doch. Wir sind ja am Abkacken gehen. Hopp! Hm. Bei! Alter! Geht mich nicht unter. Hab es generell nicht gedacht, dass ich überhaupt so weit in den Level komm. Ich bin jetzt wo diese lange Reihe von den Dingern ist. Welche? Oh nein, sag nicht, dass man den Gumper braucht. Bitte nicht. Welche Reihe? Da wo diese Pflanzen sind. Du brauchst den Gumper. Oh nein. Anders kommst du da nicht rüber. Really? Ja, really. Geil. Irgendwann hab ich den letzten Saved hin. Ah, da. Okay. Ne, da hab ich auch noch Saved. Gut. Anders kommst du da nämlich nicht hin. Okay. Wenn du das so sagst. Ah, shit. Willst du mich eigentlich verarschen jetzt? Ja. Du wirst springen und nicht runter rennen. Hm. Mann, und da rutscht er natürlich wieder runter. Ah, ich komm gar nicht mal den Gumper ran, weil die Dinger mich aufhalten und sobald ich in dem Bild bin, rutscht der Gumper weg. Ja. Du musst gucken, wie du das machst. Ah, ich springe aber gegen die Pflanze. Ah, ich springe eben. Nein, das gibt's ja nicht. Ich spiel will mich doch verarschen. Nein. Ja, doch. Das habe ich jetzt. Das mag ich doch. Sonst habe ich ein Save da vorne gemacht. Das Spiel hat dich ganz doll lieb. Mhm. Genauso wie mich. Aber wie schaffe ich das denn mit dem Gumper da? Ja. Ich verrat's dir nicht. Ich weiß es. Du bist ein Arsch. Du bist AA. Was? Du bist AA? Ist das nicht so ein Block? Ist das nicht so ein Block? Ist das nicht so ein Block? Seht das mit dem Block oder nicht? Der da so durchgeglitcht. Centus. Hm? Wie geht das? Frag ich dir nicht. Ups AA. Nicht, nicht wählen. Saven. Ich weiß, dass du AA bist. Nein. Oh nein. Ich bin gegen den Block, der da auf einem auftaucht. Ja. Oh nein. Wie gesagt, ich weiß wie das geht. Ich weiß. Du musst halt auf den Gumper springen und dann da drum springen. Ja. Genauso. Ist ja voll AA. Ist es auch. Wer findet solche Level? Kaizo. Scheiße. Kaizo. Ein Japaner. Heißt. Ja genau. Die spielen auch Usomania. Was verlangst du sonst von Japaner? Lass ihn mal ordentlich erst entwickeln und nicht so ein Kack. Den man Quälen nennt. Ah. Bin ich bin lad. Und sonst hat er das doch nicht gemacht. Das ist ein Quällevel. Wieso schaffe ich das nicht mehr? Wieso schaff ich das nicht mehr? Hoffentlich schaffst du gar nix mehr jetzt. Musst du wieder ganz von neu oder was? Nein. Ich muss nur schaffen, anderen safe noch mal ordentlich zu setzen. Wo ist denn dein safe? Ich eigentlich noch mal machen kann. Ach nee. Dann kann ich ja nicht laden. Mitten auf den Stein. Ich bin immer noch bei deinem Kumpel. Du bist bestimmt weiter, ne? Nein. Ich bin dein Kumpel. Da häng ich ja auch grad fest. Ah. Will er mich jetzt verarschen grad? Mit einmal ist er ins falsche Feld gesprungen bei mir. Ah. Er drückt einfach escape ohne was ich was mach. Ah. Wenn er den Kumpel hat zwei Sekunden länger halt fliegen, lass er ihn kommen. Warum speichere ich denn nicht, ich Idiot? Weiß ich nicht. Speichern. Wie soll man das denn jetzt schaffen? Gumpel? 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 Was für ein Gumpel? Ich hab ne Bombe jetzt vor mir. Die nervt. Äh. Es gibt ja dieses Slownest Ding. Das benutzen viele, aber ich weiß nicht welcher Knopf das ist. Das nutzt du nicht. Das ist kacke. Damit soll es aber funktionieren. Das braucht man viele Anläufe dafür. Ich hab's ja rüber geschafft. Ich drück im F5 mit diesem scheiß disabled. Aber ich frag mich wie man das mit dieser scheiß Bombe schaffen soll. Die da zwischen den Pflanzen kommt? Ja. Ich sag ja mit so einem Slownest Ding. Soll das funktionieren? Ich schaff das auch so. Aber da warst du schon drüber oder? Nö, das schafft man aber so. Das weiß ich. Sie nervt einfach. Ja, warum bist du wohl da reingekommen? Wieso? Weil sie nervt. Weil sie einfach Nerven raubt. Wir haben noch nicht mal ein Level geschafft. Gut, das kennen wir aus dem anderen Mario auch. Was für ne halbe Stunde? Braucht wir ein Level? Ja. Oh. Jetzt falle ich da schon wieder runter. Lade doch einfach mal bitte. Ah, nein. Nein. Also dass ich vor der Bombe so komisch gespeichert hab war scheiße. Deswegen darf ich wieder zum Gumpa runterkommen. Nein. Ich Idiot. Ich war auf dem Gumpa drauf. Ich hab nur nicht springen gedrückt. Stefan, wir werden dich. Ich hasse dich dafür, dass wir das spielen mussten. Wie soll man denn da hinkommen? Wie soll man das denn schaffen? Ich komm nur an der Bombe nicht mehr vorbei. Das ist das Problem. Nein. Und jetzt weißt du, warum ich sagte auch, äh, wir warten nicht auf den anderen, ne? Ich wiederhole doch nicht ein Level nochmal. Was mich zu Weißglut bringt. Wie soll man denn da eine Bombe vorbeikommen? Stefan! Alles Stefan seine Schuld. Er hat mich da überreden, das zu spielen. Ja. Er hat gesagt, dass es nicht ein Kreuz ist. Und ich wusste das. Nein! Bin ich dumm. Ja, das wirst du. Wenn du uns zugibst. Maul. Bin ich schon wieder drüber bei der Bombe. Aber wie soll man die denn wegkriegen? Oder überhaupt da um die rumkommen? Ich schaff das immer da hoch. Um den Gumpa rum. Also um den Block rum. Okay. Schaff ich noch nicht mal. Ja. Man springt einfach zu hoch. Ah. Ich spring immer anstatt gegen den Stein nämlich runter der Box, ne? Immer gegen die Pflanze. Genau auf die Ecke. Ja, du musst auch mit in der Luft einmal aufhören zur Sprungtaste zu drücken. Dann springst du dich mal so hoch und schaffst das rum. Ah. Jetzt kann ich gar nicht mehr. Du musst aber richtiges Timing haben. Sprungtaste? Danke, dass du wieder funktionierst. Wie gesagt, ich schaff das. Warum? Ich schaff das nur nicht. Und die Bombe vorbei. Na, jetzt bin ich auf den Gumpa gelandet und hab nicht springen gedrückt. Das passiert mir aber auch ab und zu. Wie soll das denn gehen? Es geht. Andert auch. Ging auch. Nein, ich meinte, um auf die Bombe rumzukommen. Das ist doch nicht. Das ist doch nicht. Danke. 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 Nicht. Na. Der läuft immer runter. Ich springe irgendwie. Meow. Oh, ich hab gleich keinen Bock mehr. Ich werd dir gleich... Ich werd dir gleich Banane. Ja. Warum? Ich werd sie wieder hoch drin. Ja.